Hey Leute, hier ist Aldemar mit Lenny's Island. Willkommen zurück. Ups. Falscher Knopf schon wieder. Wie so immer. Und mit so einer Sichel durch Kürbisse flügen, das würde ich echt mal gerne selber machen. Das muss echt Spaß machen. So. So. Ups. Mein Korn. Wir gehen jetzt noch mal in die Höhle. Wir reparieren da diese blöde Brücke. Blödes Brückus. Warte mal, wir müssen säen. Ähm, Korn. Ach, das war's schon? Das ist blöd. So, jetzt haben wir wieder was. Das ist jetzt das Kornfeld. Hier kommt nur noch Korn drauf. Ach, Schall. Gut, dann machen wir jetzt noch irgendwie Blumen dazwischen oder so. Kürbisse. Keine Ahnung. Behalten wir es mal. Äh, dass unser Mischmasch fällt. Still not fully grown. Da holen wir kurz die... Jesuskanne. So. Und dann... Oh, guck mal, ist auch wieder fertig. Mann, jetzt hätte ich ja mir das sparen können. Dass ich da die Blumen pflanze. Habe ich eigentlich noch? Ups. Habe ich noch? Ups. So. Warte mal, wie viele Zahnräder habe ich denn? Kann ich jetzt dieses bescheuerte... Äh, ich meine, schöne Dings bauen? Ähm. Entschuldigung, falscher Knopf. Entschuldigung, falscher Knopf. Geht. Wir können spawnen. Ich meine... Okay. Dispute water to nearby crops. Keeping them watered can be placed near a well and windmill for automatic water pumping. Ah. So? Nee. So? Ach, das ist ja lol. Ja lol, ey. Ich glaube, das machen wir dann mal... Ich glaube, das machen wir hier hin. So. Nee, warte mal, hier. Warte. Hier hin. Und dann machen wir da die Felder überall hin. Drumherum. Hier so. Ich kann es auch natürlich hier hinsetzen. Oder... So? Ich glaube, das ist noch besser. Das kann Brunnen. Der Brunnen kostet aber keine GS. Pass auf, wir machen mal einen Brunnen. Irgendwie nach da. Irgendwie nach da. So. Dann müsste es ja gehen. Dann machen wir das nämlich hier hin. Da sind Büsche oder so. Nimm das! Nimm das! Haha! Okay, so. Los geht's. Ich hasse mich. Wo muss denn das so kompliziert sein? Liegt's Zeug auf dem Boden? Kann ich das nicht irgendwie... Kann ich nicht irgendwie was... Ich meine, ich könnte es verkaufen, aber da müsste ich jetzt zur Stadt rennen. Ah, doch. Ich kann es auch sammeln. Warte mal. Jetzt müsste es vielleicht gehen. Ah! Ja! Ja! Ich muss nie wieder gießen! Ich würde jetzt am liebsten alles hier abreißen. Nie wieder gießen. Nach dem Garten. Und dann bauen wir alles drumherum. Das war schon mal super. Ich glaube, dann werde ich sowieso reich. Sehr schön, ihr Blummi. Ihr müsst nur noch einmal gegossen werden. Dann mache ich das da oben auch weg. So. Okay, wir sind bereit, oder? Wir sind bereit. Wie viel Brot haben wir noch? Wir haben genug Brot. Her mit dem Brot. Stein. Kriegen wir in der Mine. Haben wir, haben wir Holz. Können wir noch ein bisschen mitnehmen. Man weiß ja nie... Wir nehmen das mit, was wir... Oh, die Lampe muss ich mitnehmen. Darf ich nicht vergessen. Meine schöne Lampe. Lampilein, du kleines Schwein. Sei nicht so... Blödielein. Ah! So. Dann holen wir jetzt mal... Ach, können wir auch eine Mine machen. Aber das eine Holz muss noch mit. Okay. Ich will mal R drücken. Ich bin die ganze Zeit Valheim wieder am Spielen. Um die Sachen auf den Rücken zu schwingen. Ja, wir haben alle im Haus können wir nochmal umbauen. Aber ich finde das ziemlich cool. Also... Ich finde das Hausbauen hier eigentlich recht hübsch. Wenn ich auch halt im Singleplayer oftmals... Es kommt immer drauf an. Wenn ich da wirklich was Schönes bauen will, dann... Ich weiß auch nicht. Fehlt ja mal sowas. Tolles. So, wir haben alles. Ja? Gut. Nur Stein natürlich. Nicht, aber das können wir im Notfall farmen. Falls hier irgendwann überhaupt... ...was gespawnt ist. Das ist die Frage jetzt natürlich. Jetzt muss ich vielleicht doch wieder rausgehen. Ich glaube hier links haben wir noch was. Da. Haki-haki-schnack... Haki-haki-haui. Schnacki-lacki. Luki-tuki. Hier, jetzt haben wir ja... ...das krasseste so gebaut. Ich meine... Wie gesagt, ich weiß nicht wie lange wir diesen Status vom LX ist überhaupt noch spielen können. Wir gucken was nach hinter dieser Brücke ist und dann... ...gucken wir mal... ...gucken wir mal... ...das ist erstmal... ...das ist ja gerade ausgewichen. Darfst ihr das? Bäh... ...da waren ein paar Steine zu hauen. Ja... ...einer. Toll. Warum kann es nicht mal so ein MMO geben? Ich verstehe es halt nicht. Einfach ein großes Survival-MMO. Aber... ...gut. Die Frage ist halt... ...da stehen dann irgendwann 10 Millionen Häuser rum. Wie bei Star Wars. Bei dem ersten Star Wars MMO. Da bist du dann auf Tatooine irgendwie... ...mit einem Speeder gefahren. Und da waren dann irgendwie... ...ein paar tausend Häuser. Und es ist noch... ...ich meine so ein paar tausend... ...und vielleicht zehntausende Häuser. Du bist gefahren und gefahren. Überall Häuser, 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 Häuser. Aber es war möglich. Ne? Und das ist das Ding so. Wo wohnst du? Ja, ich wohne im... ...fünfzehnten Block des... ...dritten Quadranten. Äh... ...im zweitausendsten Haus links. Komm her, du Lappen. Lappen-Spawner. Woops! Um... Ich erinnere mich jetzt gerade gar nicht. Ist irgendwas passiert? Ist nix. Ich glaube, ich war mal da oben, genau. Ja, die meisten solche Spiele, die sind halt immer Conan Exiles, Rust oder so. Aber das sind halt keine MMOs oder dergleichen. Das ist alles, ja nur Multiplayer mit eigenen Servern, aber ich dachte da war eher was Größeres. Oder wenigstens, ich meine, ARK ist schon cool. Oder wenigstens einfach nur Multiplayer mit irgendwie 60 Leuten. Dann random generierte Karte, die halt irgendwie, keine Ahnung, wie gigantisch ist. Boah, das war knapp, jetzt hab ich nicht drauf geachtet. Warte, da müssen wir gerade achten, scheiße. Schnippel, 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 schnipp. Hier war ich auf jeden Fall schon. Ah ja, ich erinnere mich, ich erinnere mich. Die waren wir erst vor kurzem. Ich würde gerne so ne Dauersolution haben, diesen Ort halt zu reinigen. Reinigen. Kann ich da runter und dann... Von Schattenkreaturen. Guck mal, geh mal hier lang. Ah ja, hier waren wir auch. Wo ich diese Brücke nochmal jemals finde. Aber ich will ja trotzdem sowieso hier, äh, scouten. Guck, der ist mit nem blöder Sack. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, Mist, 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 Mist. Jo, was ist denn das da? Achso, liegt da einfach im Dunkeln. Wo war ich jetzt? Ich hab's vergessen. Egal. Abgelenkt, alles vergessen. Okay. Lauf, Lenny. Okay, hier war nix. MMOs sind cool, aber so nach dem guten, nach der guten alten Devise. Ich meine, klar sind MMOs irgendwie, äh, nach dem alten Style, die gehen alle... Die bleiben halt nicht lange aktiv, weil sie nun mal so ein bisschen obsolet sind. Aber andererseits liegt's auch einfach an der Umsetzung. Ich meine, diese ganzen Asia-Games, ja, diese ganzen Asia-MMOs, das ist halt Müll. Müll! Müll! Die halt, leben halt nicht lange und wenn dann, äh, ist es halt auch nix für die breite Masse oder so, oder... Das muss es ja auch nicht, aber es ist halt... Oh Gott, ist das so schäbig. Kleine Schulmädchen und kleine Schuljungs mit hässlichen Rüstungen. Ah, komm, wir gehen mal hier nach. Mist. Ach, ne Karte wär schön. Okay, hier ist nix. Ich muss diesen, äh, äh, diese Arena finden. Ne, okay, hier sind wir wieder, ist mich im Kreis gelaufen. Da wo diese Arena war, weil die ist ja nicht mehr aktiv. Arenus Maximus. Zeigus Dichus Jezus. Was ist hier? Jetzt sind wir schon mal hier, warte mal, war das hier oben? Hallo?! Hier tinkler wohl nicht mehr sauber. Ich geh mal weiter runter. Bleib da oben wo ihr seid. Ist mir jetzt egal. Weiter runter. Weiter runter. So hier sind diese... Genau hier ist das. Ist schon wieder da. Oh, scheiße, 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 scheiße. Nein, 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 nein. Scheiße, ich hab ein Problem. Ich glaube, so schnell kann ich mich nicht heilen. Hat's funktioniert? Kann ich das da raus essen? Nee, ne? Bist! Fünf, 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 fünf! Ich hab da fünf gedrückt! Oh, Mann, ey. Warum muss das denn so kompliziert sein? Oh, zum Kotzen! Äh... Ah, Mann, ey. Zum Kotzen Maximus. Wir schaffen das schon. Oh, jetzt bin ich zu weit, glaube ich. Nee. Warte mal. Doch, ich bin... Ich bin zu weit. Ah, hier. Ah, hier. Das ist ja kein Problem, wenn das blöde Brot mit einer blöden Leiste gewesen wäre. Alles umsonst gehackt. Okay, da den noch. Ich wusste halt nicht mehr, ob ich noch Steine brauche. Oh Mann, Fass. Ist mir eigentlich jetzt egal, aber ich muss es holen. Guck mal, jetzt ist die Lampe noch gar nicht angemacht worden. Schande! Hm, ne, das ist ja eigentlich nichts in der Sache. Ich glaube, ich hatte sogar ein paar Brote eben gegessen, aber es hat nichts geholfen. Guck mal, was ist denn immer noch die Forgotten City? Ja, komm, lasst mich in Ruhe. Ich habe keine Zeit für euch. Es ist immer das Gleiche. Ich glaube, die sind froh, dass sie was zu tun haben, aber nö. So, jetzt. Entweder war es da. Ja. Diesmal schaffen wir das. Oh mein Gott. Easy peasy. Nur ein bisschen Brot. So, hier. Nee, das nicht. Aber das ist da drunter. Ich weiß doch... Da ist es. Gott sei Dank. Okay, jetzt Stein. Und noch ein bisschen Stein. Nämlich, das ist fein. Vielleicht spawnt jetzt hier noch irgendwas. Steintchen, Steintchen, Steintchen! Jetzt muss ich wieder weiter nach links latschen, weil da war ja Stein. Nee, nischt. Nischt! Okay, gehen wir weiter nach links. Da war ja noch Stein. Oh, nee, bloß weg hier. Mann, da hätte ich doch nur ein Brot gehabt. Da hätte man das jetzt schon längst gebaut. Und da hätte das nichts. Bestimmt nur so ein bisschen. Dann muss ich mal gucken, was es hier noch für Content gibt. Vielleicht bin ich einfach zu blöd, den zu finden. Vielleicht führt die Brücke einfach nur hier hin. Kürzt wahrscheinlich einfach nur ab, oder? Ist ja auch noch eine kaputte Brücke. Ja, toll. Ah ja, gut. Ach, das habt ihr, glaube ich, sowieso schon mal rausgefunden. Okay, äh. Das ist mal voll für den Arsch. Was mache ich denn jetzt? Okay. Nee, war nix. Ich meine, ich war ja schon... Da war ja die Axt schon. Dann war ja Ende. Gelände. Hm, jetzt können wir ganz viel kaufen. Ja, ich muss mal gucken, was man machen kann. Ist schon irgendwas im Dorf, oder so, oder? Diese Mine war ja zu, wo wir weitergehen hätten können. So, hier war das. So, dann geht man weiter runter. Kann die Brücke reparieren, damit man eine Abkürzung hat. Oder ich hab einfach den Weg... ...übersehen. Hm, der geht jetzt wieder hoch. Aber... Hier waren wir doch auch schon. Genau, hier war das. Und dann ist die Ende. Das ist die Ende. Ja. Komm, dann teleportieren wir uns raus. Und dann gucke ich mal nach. Legen mal ein kleines Lens-Island-Päuschen ein. Mal gucken, wie lange. Ich schaue erstmal, was man alles eigentlich noch machen kann. Was ich nicht blicke. Und dann entscheide ich mal, ob wir weitermachen. Oder Päuschen. Weiter mache ich auf jeden Fall. Aber wie oft? Bei Early Access. Später. Weil einfach... Man sich den Spaß sonst nimmt, wenn man im Early Access so lange rumgammelt. Und es totspielt. Was hier passiert. Warp! Immerhin haben wir jetzt... Immerhin haben wir jetzt was zum Blumen gießen, ja. Aber... Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt alles ist. Wie gesagt. Wir können so krasse Waffen haben. Glaube ich. Weil... Ich meine... Ist ja, denn die gibt es noch gar nicht. Noch stärkere Waffen. Und die stehen nur da an der Liste. Das kann natürlich auch sein. Weil die Art und Ziele dafür zum Craften braucht. Wir gehen... Wir sehen das jetzt. Wir gehen jetzt mal gerade gucken. So, wenn man die craftet, dann... Zum Beispiel... Pirate-Zeug. Da steht ja gar nichts. Ne? Das ist ja das Maximum. Ja, es kann sein, dass das das schon war. Ich weiß es nicht. Gut, ich mache mich mal schlau. Und dann werden wir ja sehen, ob jetzt direkt noch Folgen kommen oder nicht. Sonst sehen wir uns wieder. Nach einer längeren Pause. Lens Island. Und falls ihr das hier viel später guckt, dann müsst ihr wahrscheinlich gar nicht warten. Oder es gibt gar keine neuen Folgen. Das kann ja auch sein. Wer weiß. Ja? Also, safe, sleep, Leute. Bis zur nächsten Folge Lens Island oder viele weitere Let's Plays. Bis dahin wie immer. Ihr seid die Besten. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. gentismo- Untertitelung des ZDF, 2020